Hallo an alle! Erfahren Sie, wie Sie Daten von einer VirtualBox für die Platte einer virtuellen Maschine wiedererstellen. Wie man eine virtuelle Maschine erstellt, einen Snapshot macht und zu diesem Snapshot zurückkehrt. VirtualBox bietet eine kostenlose und einfache Möglichkeit, eine virtuelle Maschine zu erstellen. Auch der Windows, Linux oder ein anderes Betriebssystem neben dem Hauptbetriebssystem angeführt werden kann, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine virtuelle Maschine mit Windows erstellen, wie Sie System-Snapshots erstellen und wie Sie die Maschine auf einen früheren Zustand zurücksetzen können. Sie erfahren auch, wie Sie verlorene Daten wiedererstellen können, wenn ein Rollback des Systems nicht funktioniert oder die virtuelle Maschine nicht mehr bootet. Sie erfahren, wie Sie versammelt gelöscht werden, wenn das System-Snapshot-Dateien wiedererstellen können. Eine VDI-Datei-VirtualBox, dieses Image, funktioniert genauso wie eine physische Festplatte, auf der Information gespackelt werden können. Wenn Sie mehr als ein Betriebssystem auf demselben PK installieren, erstellen die Software für jeden Rechner eine Videodatei, auch die Festplatte und zusätzliche Dateien, wenn Sie Snapshot erstellen und zusätzliche virtuelle Laufwerke anschließen. Sie sollte bei der Rückforderung berücksichtigt werden. Um eine virtuelle Maschine zu erstellen, benötigen Sie VirtualBox um ein ISO-Image des Betriebssystems, das Sie installieren möchten. Starten Sie also VirtualBox, klicken Sie im Anwendungsfenster auf Maschine, erstellen. Geben Sie im nächsten Fenster den Namen der virtuellen Maschine und den Typ des Betriebssystems an. Geben Sie im nächsten Schritt die Option zum Erstellen einer neuen virtuellen Maschine und klicken Sie auf die Seite des Betriebssystems an. Wenn Sie eine bereits vorhandene Datei öffnen möchten, wählen Sie die letzte Option. Wählen Sie als nächstes den Typ des Datenträgers aus EDI, VHD, WMDK. Wenn Sie keinen Datenträger mit anderen Virtualisierungsprodukten verwenden möchten, belassen Sie die Standanteinstellung weiter. Im Express-Modus können Sie weiteren HDD, QKOW und QED verwenden. Im nächsten Schritt geben Sie das Sprecherformat an, dynamische oder feste Festplatte. Legen Sie die Größe der virtuellen Festplatte fest und klicken Sie auf Erstellen. Sie werden zum Hauptfenster des Programms weitergeleitet. Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und öffnen Sie Einstellen. Gehen Sie zu System, Prozessor. Hören Sie hier die Anzahl der Kerner. Dann öffnen Sie die Medien. Hier klicken Sie auf das Diskettungssymbol. Unter Attribute öffnen Sie das Menü und wählen die Option Diskettungsdatei auswählen. Geben Sie den Pfad zu Windows 10 ISO Image an. Dann starten Sie die virtuelle Maschine. Gründer-File ausführen. Nach dem Start beginnt die Installation des Betriebssystems gemäß dem Standant Installationsverfahren. Sie können die virtuelle Maschine dann verwenden. Mit VirtualBox können Sie einen Snapshot einer virtuellen Maschine erstellen. Einen Snapshot einer laufenden virtuellen Maschine zu erstellen. Öffnen Sie im oberen Bereich des VirtualBox-Fensters den Bereich Maschine und wählen Sie Snapshot. Geben Sie einen Namen und ungefähr eine Beschreibung ein und klicken Sie zum Speichern auf OK. Sie verfügen nur über einen Snapshot des Systems zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit und für den Fall eines Ausfalls oder versägliches Loschens. Sie können den Zustand der virtuellen Maschine auf diese Daten zurücksetzen. Um den Systemzustand auf einen bestimmten Snapshot zurückzusetzen, wählen Sie Menü Maschine Tools Snapshot. Wählen Sie die gewünschte Datei aus der Liste aus, geben Sie den Namen und das Datum an und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie an, ob Sie einen Snapshot des aktuellen Zustand der Maschine wünschen, indem Sie das Kätzchen markieren und auf Wiederherstellen klicken. Führen Sie anschließend die virtuelle Maschine aus und prüfen Sie, ob die Dateien verloren gegangen sind. Wenn Sie versägliches einen Snapshot oder eine virtuelle Versplattendatei einer WDI-Maschine gelöscht haben, gilt Ihnen die Datenwiederstellungsoftware, hat man praktisch einen Recovery, diese wiederherzustellen. Wenn Sie einen Rechner loschen, ohne Dateien zu loschen, können Sie ihn einfach wiederherstellen, indem Sie auf Rechner hinzufügen klicken. Wenn die Dateien jedoch gelöscht wurden, benötigen Sie ein Dienstprogramm, das Ihnen hilft, sie wiederherzustellen. Halten Sie die Software herunter, installieren Sie sie und führen Sie sie aus. Klicken Sie mit der Rechner-Maus-Taste auf das Laufwerk, auf dem die virtuelle Versplattendateien des Computers gesprächert sind, und führen Sie die Analyse aus. Starten Sie mit schnellem Scan. Öffnen Sie den Ordner, in dem die virtuelle Versplatten gesprächert wurden, und suchen Sie nach den erforderlichen Dateien. Standardmäßig werden die WDI-Dateien in diesem Pfad gesprächert. Die Snapshot-Dateien befinden sich im Ordner Snapshots. Wenn die Schnellsuche die erforderliche Dateien nicht findet, führen Sie die vollständige Analyse durch. Kicken Sie dazu mit der Rechner-Maus-Taste auf das Laufwerk, Re-Analyse, wählen Sie die vollständige Analyse, geben Sie den Dateisystem-Typ an, weiter und verkriechstellen. Wählen Sie dann die Dateien aus, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen, geben Sie den Datenträger an, auf dem Sie die Dateien sprechen möchten, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, werden Ihre Dateien in dem angegebenen Ordner abgelenkt. Jetzt müssen Sie nur noch den Datenträger an der Rechner anschließen, ihn starten und die erforderliche Datei abrufen. Um einen Datenträger mit der virtuellen Maschine zu verbinden, wählen Sie beim Erstellungsschritt in der Datenträger-Konfiguration die Option vorhandenen virtuellen Datenträger verwenden, geben Sie den Pfad zur Datei an, und klicken Sie auf Erstellen. Sobald die Maschine betriebsbereit ist, klicken Sie auf Aufführen. Wenn es Ihnen gelungen ist, die Anstellungsdatei der virtuellen Maschine-Box wiederherzustellen, müssen Sie, um eine Maschine hinzufügen, auf Maschine hinzufügen klicken, den Pfad zur Informationsdatei angeben, öffnen, dann wird sie in der Programmliste angezeigt. Wenn die virtuelle Maschine nicht bootet oder Weinbein startet ein Pfeiler auftritt, der nicht behoben werden kann, unterstützt unsere Software die Daten wiederherstellung von virtuellen Festplatten verschiedener Hyper-Visoren aus WDI, VHD, VHDX, VMDK, HDD, GET, COV und so weiter. Dateien virtuellen Maschinen Im anderen Fall befinden sich die Dateien des virtuellen Laufwerks auf dem NAS. Daher zeigte ich Ihnen, wie Sie die Informationen von der virtuellen Festplatte wiederherstellen können, WDI über das Netzwerk. Verstatten Sie das Programm, drücken Sie Tools, Datenträger einlegen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, einen Datenträger zu mounten. Rev-Image, wenn Sie normale Datenträger mounten möchten, und virtuelle Maschinen. Bei der zweiten Option sehen Sie eine Liste von Dateien und Programmen, die unsere Software unterstützt. Verlegen Sie den entsprechenden Image-Typ aus, in unserem Fall VirtualBox. Dateien mit der Erweiterung WDI und geben Sie den Netzwerk-Fad zum Ordner an, in dem sich die Dateien der virtuellen Festplatten befinden. Netzwerk, auch hier, virtuellen Maschine, VirtualBox. Nachdem Sie den Fad zu dem gewünschten Verzeichnis angegeben haben, klicken Sie auf Ordner auswählen. Das Programm lädt alle Dateien der virtuellen Maschine, die sich in dem angegebenen Verzeichnis befinden. Wie Sie sehen können, gibt es neben den Hauptfestplatten auch Schnellschluss-Dateien, kopiendes Zustand der virtuellen Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Dateien des virtuellen Datenträgers, der gerade von der Maschine verwendet wird, ist als aktiv markiert. Markieren Sie das Kätzchen neben dem aktiven Laufwerk und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie Daten aus einem Schnellschluss wieder erstellen müssen, markieren Sie das Kätzchen daneben, damit Sie ihn anhand von Namen und Datum leicht identifizieren können. Nachdem Sie auf Ordner auswählen geklickt haben, wird das verbundene Laufwerk sofort im Datenträger-Manager angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse aus Schneller-Scan. Wenn Sie die gewünschten Dateien nicht finden, versuchen Sie die verständliche Analyse. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Re-Analyse, dann Verständliche Analyse und geben Sie das Dataisystem auf dem Laufwerk an. Gehen Sie dann zu dem Ordner, in dem sich die verlorenen Daten befanden und suchen Sie die Daten, die Sie wiederherstellen möchten. Markieren Sie sie und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie das Laufwerk und den Orden an und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Um die Suche nach den gewünschten Dateien zu erleichtern, verfügt die Software über eine kreolisierte Suchfunktion für Dateinamen. Sie können auch eine Vorschau des Inhalts der Datei anzeigen. Und die Möglichkeit, das Netzwerk zu nutzen, erläutert die Wiederherstellung, dass Sie keine zusätzlichen Datenenträger benötigen, um die VDA-Dateien auf Ihrem Computer zu kopieren, was Zeit und Ressourcen spart. Sie müssen lediglich die Laufwerk-Dateien über das Netzwerk einbinden und die Analyse ausführen. Der einzige Haken an der Sache ist, dass bei einem Netzwerkauffall der Prozess unterbrochen werden kann und Sie die Analyse erneut starten müssen, wenn die Netzverbindung wieder gestaltet ist. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombeangriffe der russischen Föderation. Das wahnsinnige Putn-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstürzen Sie die ukrainische Armee. Spannen Sie die Kosten für den Front.com leben nicht zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.